was geht ab hier ist wieder euer netro gamer lian am start in diesem video seht ihr ein paar highlights aus dem neuen john wick modus im ersten teil da habe ich meine allererste runde gespielt im john wick modus ich musste mich da erstmal ein bisschen zurecht finden aber ich glaube das hat ganz gut geklappt und im zweiten teil kommen noch ein paar highlights und so geile kills und schaut das video auf jeden fall bitte bitte bis zum ende an würde mich extrem freuen und lasst gerne like da und aktiviert die glocke damit ihr kein video verpasst und wer noch nicht abonniert hat sehr sehr gerne abonnieren im ersten teil also die ersten zwei minuten jetzt ist der tod ganz aus denn ich war mit drei random teammates in dieser runde und einer davon der hat so rum gepiept das war so laut ich kann mich das gleich jetzt mal kurz einblenden aber ich glaube nicht dass sie das jetzt zwei minuten lang hören möchtet und der war danach auch direkt tot also zwei minuten jetzt ohne ton und ja dann würde ich sagen viel spaß mit dem video let's go mit der Was ist das? 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 Was ist das?